yo leute hier ist das level mit einer traurigen nachricht der let's play max pain 2 wird nicht von mir gemacht werden da ich feststellen musste dass dieses spiel einfach viel zu viele video sequenzen hat und deswegen die maximal elf minuten lang youtube videos sehr mit video sequenzen überlastet werden und deswegen werde ich jetzt half life 2 let's play ich weiß haben schon ganz viele leute gemacht grüße an die fuckt beziehungsweise die suckt ja egal das spiel ist einfach geil ich muss das jetzt auch mal let's play also traurig aber war kein max pain 2 dafür half life 2 ist das nicht super toll ja und was ihr da im hintergrund hört ist ein half life 2 soundtrack ist das nicht super toll und tschüss